Hallo zusammen, die Anhörung im Parlament der USA zur Aufstellung des Wahlkollegiums dauern an. Darum hier nur eine kurze Info. Wir bleiben dran und melden uns, wenn es wirklich Entscheidungen gibt. Die Bilder gleichen sich weltweit. Bei uns war es der Reistag hier in den USA. Das Kapitol mit dem Unterschied, dass es in Amerika härter zugeht, es gab mindestens ein Todesopfer. Trump muss erfahren, dass viele Freunde keine Freunde sind. Er muss nun handeln. Wir werden in den nächsten Stunden erfahren, ob die Trump-Administration handfeste Beweise vorlegen und auch nutzen kann. Die verfassungsmäßigen Möglichkeiten werden langsam knapp. Es bleibt spannend. Bitte auch auf Telegram unter studioinfo.x. Da haben wir einen Wortbeitrag zu der Situation. Freunde, bis später. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020